Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 3987 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Hier oben ist die Aussicht viel besser. Papa lässt mich auf seinen Schultern sitzen. Hier oben ist die Aussicht viel besser. Papa lässt mich auf seinen Schultern sitzen. Hier oben ist die Aussicht viel besser. Papa lässt mich auf seinen Schultern sitzen. Ich bin früh aufgestanden. Wasser und Wind sind heute ideal zum Surfen. Ich bin früh aufgestanden. Wasser und Wind sind heute ideal zum Surfen. Ich bin früh aufgestanden. Wasser und Wind sind heute ideal zum Surfen. Die Balletttänzerin bandagiert ihre Füße. Oft kommt es dort zu Verletzungen. Die Balletttänzerin bandagiert ihre Füße. Oft kommt es dort zu Verletzungen. Die Balletttänzerin bandagiert ihre Füße. Oft kommt es dort zu Verletzungen. Die Schlüsselübergabe an den neuen Eigentümer erfolgte schneller als erwartet. Die Schlüsselübergabe an den neuen Eigentümer erfolgte schneller als erwartet. Die Schlüsselübergabe an den neuen Eigentümer erfolgte schneller als erwartet. Bevor ich eine finanzielle Entscheidung treffe, frage ich meinen Bankberater. Bevor ich eine finanzielle Entscheidung treffe, frage ich meinen Bankberater. Bevor ich eine finanzielle Entscheidung treffe, frage ich meinen Bankberater. Ich notiere mir deine Veränderungswünsche und beginne gleich mit der Programmierung. Hier ist schon lange kein Zug mehr hergefahren. Hier ist schon lange kein Zug mehr hergefahren. Hier ist schon lange kein Zug mehr hergefahren. Meine Mama und meine Oma sind die Besten. Beide sind immer für mich da. Meine Mama und meine Oma sind die Besten. Beide sind immer für mich da. Die Kinder liegen auf dem Boden ihres Kinderzimmers und malen gemeinsam in ein Heft. Die Kinder liegen auf dem Boden ihres Kinderzimmers und malen gemeinsam in ein Heft. Die Kinder liegen auf dem Boden ihres Kinderzimmers und malen gemeinsam in ein Heft. Die Himbeeren sind reif. Ich liebe Himbeeren mit Vanillesoße. Die Himbeeren sind reif. Ich liebe Himbeeren mit Vanillesoße. Die Himbeeren sind reif. Ich liebe Himbeeren mit Vanillesoße. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Am Wochenende habe ich Zeit, in Ruhe zu lesen und zu schreiben. Das ist für mich das Schönste. Am Wochenende habe ich Zeit, in Ruhe zu lesen und zu schreiben. Das ist für mich das Schönste. Am Wochenende habe ich Zeit, in Ruhe zu lesen und zu schreiben. Das ist für mich das Schönste. Eine Kuh steht auf der Weide. Ich traue mich nicht, an ihr vorbeizugehen. Eine Kuh steht auf der Weide. Ich traue mich nicht, an ihr vorbeizugehen. Das Angebot gefällt mir und ich akzeptiere auch den Preis. Wo darf ich unterschreiben? Das Angebot gefällt mir und ich akzeptiere auch den Preis. Wo darf ich unterschreiben? Das Angebot gefällt mir und ich akzeptiere auch den Preis. Wo darf ich unterschreiben? Morgens war der Kofferraum noch leer und wir dachten, dass alles hineinpasst. Morgens war der Kofferraum noch leer und wir dachten, dass alles hineinpasst. Ich freue mich über den Erfolg, den ich im Leben habe. Der liebevollen Erziehung meiner Eltern habe ich viel zu verdanken. Ich freue mich über den Erfolg, den ich im Leben habe. Der liebevollen Erziehung meiner Eltern habe ich viel zu verdanken. Ich freue mich über den Erfolg, den ich im Leben habe. Der liebevollen Erziehung meiner Eltern habe ich viel zu verdanken. Anna arbeitet für ein Unternehmen in Indien. Sie bedient eine alte Industriemaschine. Wir füllen die Vorräte auf, damit möglichst immer alle Medikamente und Hilfsmittel vorrätig sind. Wir füllen die Vorräte auf, damit möglichst immer alle Medikamente und Hilfsmittel vorrätig sind. Wir treffen uns oft auf dem Flur. Probleme klären wir dann auf dem kleinen Dienstweg. Bitte quittieren Sie den Empfang des Pakets unten auf der gestrichelten Linie. Bitte quittieren Sie den Empfang des Pakets unten auf der gestrichelten Linie. Bitte quittieren Sie den Empfang des Pakets unten auf der gestrichelten Linie. In Deutschland werden jährlich fast 2 Millionen Einkäufe per Kreditkarte bezahlt. In Deutschland werden jährlich fast 2 Millionen Einkäufe per Kreditkarte bezahlt. In Deutschland werden jährlich fast 2 Millionen Einkäufe per Kreditkarte bezahlt. Wir müssen uns entscheiden, welche Version des Plans werden wir dem Team morgen präsentieren? Ich warte schon lange beim Zahnarzt. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.